Ja, du darfst schon loslegen, wir laufen schon. Was? Was wünscht ihr denn? Für mich ein paar Haarkais. Okay. Oh, die schickte nur ein Traumspiegelmonster. Die ist ganz gut, glaube ich. Nicht auf der Sneak vielleicht, aber... Kommt drauf an, ob ich davon noch mehr ziehe. Ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht, doch, diese Fusionskarte gibt es da ja auch. Ja. Sehr schön, das gefällt mir schon mal. Die moch ich. Die eine Kamel mochte ich gerade auch. Die mit euch specials ich von der Hand und mache eine Synchro. Im gegnerischen Zug. Ja, was für Timeout. Oh, Ultra. Oh, das ist der Searcher für Nibiru, ne? Der sucht Felsmonster. Ist Nibiru Fels? Ja. Cool. Das sieht doch schon aus wie eine Fels. Und er ist ein generischer Vierer, ne? Eher geil, er ist ein Zwei-Dreier, den du easy machen kannst. Ja. Möchtest du? Die gibt es auch als Prismatic. Oder als die unbekannte Rare. Sie hatte keinen Namen. Konami sagt offiziell, es gibt keinen Namen dazu. Was? Ich hab sie gefragt. Okay, eine Ultra. Oh, da kommen wir zu dem guten alten Luschi. Den kennt ihr. Das ist der Wahnsinn, der mir einen dauernden Booster zu sendet. Heute mal live von Personen auch in Hamburg. Mal sehen, ob er Glück hat bei seinen Boostern. Oh, direkt auch. Eine schöne Belohnung. Ne, Belohnung. Hm, diese Anspielung. Cool. Weltschlüssel. Vanilla. Nice. Aha, da weitere Traumspiegelmonster. Was, Andreas, was in den Comments. Als professioneller Opener, da kommt man nicht hinterher. Okay, nochmal. Oh, Secret Rare. Nice. Das hat sich auch schon gelohnt. Sehr geil. Ach, der Dach. Die dunkle Flüssigkeit. Schön am Deutschen. Darkflut. Die dunkle Flüssigkeit. Okay. Ich hab hier auch gezogen. Dieser Name. Oh, also kann man nicht meckern. Ultra und Secret. Das ist ein sehr guter Schnitt für eine Sneak Peek. So. Dann schauen wir mal, was ich ziehe. Für den Superz. Komm, ich kann es machen. Ich kann es machen. So. Keine Ahnung, ob die Karten spielbar sind. Das werde ich gleich rausfinden. Das erfahren Sie in der nächsten Episode von Dragon Ball Z. So. Oh. Heulender los. Geketteten. Okay. Die Rest muss ich hier auch nochmal aufsammeln. Was ist das für ein Affe? Okay. Schon mal nicht vier Supers. Das ist ja schon mal nur fünf. Vier könnte man noch werden. Das sieht irgendwie sehr hochlevelig und nicht stark aus. Ich bin gespannt, ob man überhaupt irgendwelche Manns-Ausfeld kriegt. Oh, Watsu. Der Train. Come on, come on, come on, come on. Secret, 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 secret. Nein, 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 nein.